Hallo Freunde und herzlich Willkommen, wir holen jetzt Raymond ab, irgendwie Ach die Beerdigung hier, guck mal, ja da werden wir natürlich hingehen, Onkel Poe wird nämlich beerdigt, das werden wir uns nicht entgehen lassen, ich befürchte aber fast, dass die Beerdigung ausarten wird und aus diesem Grund sollten wir uns irgendwie mal was vernünftiges zu trinken besorgen und zu essen natürlich auch und vielleicht auch nochmal zur Nutte, okay Nutte ist schon mal, ach komm, das ist doch nicht wahr hier, fährst du mal hinten rein, okay also hier ist schon mal ein Getränk, ja, so, jetzt kommt ja wieder der Krankenwagen hier, Der Dragon Kick, den nehmen wir natürlich Komm, trinkt, Wei Zhang, ja und als nächstes fahren wir zur Nutte, denn Das verbessert unser Ansehen, oh Gott ist da viel Kohle drin immer, wieder 100, wieder 100, wo war die denn, das sind diese Hände hier auf der Karte, ach komm, verpiss dich, da hab ich grad geblitzt worden, oder wie, komm, mach ich fertig, euch noobs, komm her du, ah der ist schon tot, ne Wo kann ich den mal gegenbiss smashen hier, der Hörnsmasher muss funktionieren, ah deine Mutter, komm, du Freak Okay, der ist tot, jetzt können wir hier in Ruhe den Dresor ausräumen, weil der andere Typ da nicht kommt, irgendwie Wann ist er drin? Und? 5000 Uhr, schade Okay, der ist tot Ja, und hier bis jetzt irgendwo die Note stehen Komm, mach hin, wir müssen zur Beerdigung von Oko Guck mal hier, Massage Oh Gott Ja, aber nicht mit dir Oh Gott, doch, er nimmt mich mit Mist Ich dachte, es steht ne hübsche Frau Na gut, Ansehen, Zuwachs, Spitze Ähm, ja, was brauchen wir noch? Noch was zu essen und dann können wir eigentlich direkt zur Beerdigung fahren Was zu essen kriegen, weiß ich gar nicht 400 Meter ist schon die Beerdigung, das kann ja gar nicht sein Jetzt bin ich ja fix Aha Also essen hätte ich doch, äh, doch gerne Na gut, fahren wir erstmal zur Beerdigung Schauen wir uns das mal an Wie toll das aussieht Obwohl ich Hunger hab Gibt's hier nicht irgendwo ne Kack-Imbissbude? Ha, super Eine Imbissbude Komm, gib her die Suppe Den Old Nudeltop da Danke So Jetzt können wir aber wirklich Äh, ich hab nur gerade einen Nudeltopf gegessen Wo ist meine Gesundheitsanzeige? Mann, 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 Mann Was ist denn hier los? Penner Na gut, so Dann gehen wir mal hier rein Ich weiß ja nicht, warum die hier beerdigt werden Also für den Friedhof sieht das, glaube ich, nicht aus Erwin, Regierung zu Hause oder so Ah ja, egal Aber vielleicht holen wir hier erstmal so'n Kumpel ab Ja, da ist er Ja, ich bin okay, Jacky? Ja, ich bin okay Ich bin okay Ich bin glücklich, jemand hat Ming's brother zu sagen, ich war es allein Was das, du? Na, ich wusste, dass ich es, doch Ich bin glücklich, dass ich mich nicht mehr so'n Kumpel abkriegen kann Ich bin glücklich, dass ich mich nicht mehr so'n Kumpel abkriegen kann Ich bin glücklich, doch Ich bin glücklich, aber auch nicht mehr so'n Kumpel abkriegen kann Ich bin glücklich, doch was da so'n Kumpel abkriegen kann Aber ich bin glücklich, aber ich bin glücklich, dass ich mich nicht mehr so'n Kumpel abkriegen kann Oh, Mann! Ja, ich bin glücklich, wieder mit einem Bitz dann holen wir uns mal einen Anzug, wahrscheinlich im Geschäftsviertel, den wir nicht tragen können, weil unser Ansehen noch nicht hoch genug ist obwohl soweit ist es ja gar nicht weg hier und da sind wir auch schon und da gibt es auch irgendwas zu essen ein Hotdog da bin ich immer gespannt also ein Hotdog in Hongkong, ja da müsst ihr aufpassen, das ist nämlich wirklich ein heißer Hund das ist nicht nur eine Wurst im Brot sondern Bernadina im Brötchen ja, gib mal her da schwarze Anzüge hoffentlich, ist ja eine Beerdigung ja, das passt schon Krawatte sollte vielleicht auch sein, aber naja naja, so toll sieht das bei dir aber auch nicht aus egal so, komm rein hier wir müssen weiter, Ok Po wartet auf uns what happened to Uncle Po, ah ja, da geht's ja, da geht's ja, da geht's Das macht ihr zu viel Zeit zu denken. Oh shit! Ich weiß nicht mehr über dieses Leben. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nichts mehr machen kann, aber... ...sittin' in da... Shit. Und jetzt gehen wir nach einem Funeral. Wo ist die Zukunft in dieser Sache? Ja, ich bin. Ich habe das auch schon gedacht. Es wird Zeit für mich machen. Vielleicht gehen mit Jill May. Hey! Nichts groß, aber... Was zur Hölle? Vielleicht all das, was ein großes Problem ist, war nur... Was? Bullshit? Nur Bullshit? Ja. Genau. Okay, die Cops natürlich auch nicht. Ich verstehe gerade. Alaminiert sie nicht, die Cops. Wenn ich versuche, nichts zu machen. Wahrscheinlich gerade, weil ich gefahren bin wie ein Henker. Aber naja, so ist das normal. Ich habe wieder Sachschaden angerichtet hier. Ich will hier andauernd den Kopf ansehen. Auf zu Friedhof! Okay, Po wartet auf uns. Möge er in Frieden ruhen. Fuck, ey. Scheiße. Für den Flug haben wir aber echt wenig Leben verloren. Komm, wir müssen wieder ins Auto. Wir laufen doch nicht zu Fuß hier im Regen. Komm rein, Junge. Ach, und da sind wir auch schon. Onkel Po. What the fuck are 18K doing here? They're here to make a show. Oh, oder vielleicht um ein Kampf. Oh, die Sun-On-Yi-Leaders, die hier in einem Ort. Ich glaube, dass sie die Polizei hier sind. Ich habe noch nicht glücklich gesehen, dass die Polizei hier sind. Hey, wo ist Sonny? Sonny Wo? Ich habe einen Moment auf diese Zeit für lange Zeit. Ja, und es wird dir so gut aussehen. Ja, und es wird dir so gut aussehen. Sie vielleicht sogar auf die Hände, wie ein Obediener Hund. Bis zum Zeitpunkt, wo ich wieder gehen kann. Nicht diese Zeit, Sonny. Komm schon. Don't get your fancy shoes all muddy. Los geht's, Leute. Wir haben das, was wir kamen. Wir sind weg. Hey! Du! Du kannst das hier nicht machen. Es ist ein fucking Funeral. Die Polizei! Warum nicht du dir ein fucking Respekt? Warum nicht du nicht? Die 18K sind über die Stadt einen großen öffentlichen Service. Und jeder, der hier bleibt, verdient alles, was sie bekommen haben. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Jetzt gibt's hier noch ne fette Schießerei oder was? Und das bei der Beerdigung? Ich hab mir sowas schon fast gedacht, ey. Was ist passiert? David, du gehst auf uns! Ich bin runter! Geh runter, Mann! Geh runter, Mann! Geh runter! Geh runter, Mann! Geh runter! Bleib auf! Oh mein Gott! Da hinten ist ja noch einer! Ja! Und das zur Beerdigung! Unglaublich! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Scheiße! Wir brauchen andere Waffen. Oh, die sehen gut aus! Ja, die hat pumpt. Die hat richtig pumpt. Mehr sehe ich eigentlich grad gar nicht. Schneller, 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 schneller! So viele sind doch gar nicht hier. Ich hab Granate gehört. Ich hoffe nicht. Alright,滆. Politiker! Oh fuck! Warum zur Höhle schießen die alle auf mich hier? Komm her, du! Der hinten ist noch einer. Go, go, go! Mann, 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 ey. Man muss Munition hier. Fuck. Was für ein Granatwerfer, verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Folgen sie dem Fluss. Aha, okay. Dann machen wir das mal. Wo kommt denn der Scheiß Granatwerfer her? Bam, Motherfucker. Okay. So weit, so gut. Ich seh grad nur nix. Kann ich denn hier in Deckung gehen? Komm, runter. Mann, Mann, Mann. Spitze. Weiter geht's. Einmal treffen. So, jetzt aber schnell hier. Bisschen Munition wär vielleicht nicht schlecht, ja, obwohl ich hab noch ne ganze Menge. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. So, wo sind die Säcke? Da ist einer. Okay, dann müssen wir echt raus hier. Oh, fuck, ey. Kommt die denn alle her, sag mal. Komm schon. Ich seh auf der Minimap gerade noch ein Tempel. Den muss ich mir auf jeden Fall noch holen. Also so ein Schrein halt. Fuck, die Munition geht langsam leer. Wo sind die anderen? Das sollen doch irgendwo drei Leute sein. Ich seh aber keinen. Dann vielleicht erst mal zum Schrein laufen. Ah, okay, da ist einer. Okay, da ist der eine. Wo sind die anderen, Miserfucker? Jetzt aber schnell. Bisschen Munition einsammeln hier. Komm her. Wo sind meine Jungs überhaupt? So, und den letzten auch noch hier. Komm her, du. Freak. Komm her. Ich will dich nicht mehr. Die Säcke. Komm her. Scheiße, ich würd mir den Schrein noch holen. Schau. Wir können das nicht weitergehen. Wir müssen mit 18K und mit der Polizei. Okay. Wir brauchen einen Plan. Wo ist Tu-Chin? Er ist in Seclusion. Seclusion? Er ist in ein Hotel irgendwo. Riding the White Tiger, der fat fuck! Vielleicht, du bist right, Brother Lee. Mit Uncle Po gone, wir brauchen einen Chairman die kann uns durch das. Akhirnya, du machst ein bisschen Sinn, Chuck. Ich bin die strongest. Ich bin die strongest. Ich sag, ich sollte als Chairman. Vielleicht temporarily. Wir müssen mit... Wir müssen eine Wahlkampfung richtig. Das ist die Art wie es immer getan ist. Das ist die Wahlkampfung. Das ist die Wahlkampfung. Das ist die Wahlkampfung. Wir müssen folkl Equip. Wir müssen folklings-Aerasele Benny Das ist die Wahlkampfung der chillen extensive. Da war, du haltet von der Dritte Tag an auch die Wahlkampfung? was dann und die everyone has a boat a tradition was den bisher als erstes platt machen dem vogel unglaublich ja das sei wieder eine actionreiche folge leute muss ich sagen und wir haben wieder ein bisschen triadenerfahrung dazu bekommen und zwischen sequenz oder was geht ab jetzt wahrscheinlich wieder ein anruf aber erst mal ein traum zusammengerollt liegt er da der große mächtige ich bin vorsitzender werden verdammte axt aber nein ich darf ja nicht wieder noch zu neu das ist eine frechheit na gut so dass man das telefon klingeln wahrscheinlich wie immer sms diesmal läuft irgendwas größtes kommt so schnell wie möglich nach north point alles klar mache ich aber erst im nächsten part wenn es wieder ist let's play sleeping dogs tschüss freunde bis denn und danke fürs zuschauen